Hallo zur Preisverleihung der Sterne des Sports hier von der Volksbank Darmstadt Südhessen. Neben mir sitzt Gabi Schön und sie ist von der Sport- und Kulturvereinigung in Mörfelden, kurz SKV. Gabi, was macht dein Verein? Ja, wir sind mit 4.500 Mitgliedern ein sehr großer Verein hier in Südhessen. Wir bieten 19 verschiedene Sportarten, 4 Kulturabteilungen, ein Fitnessstudio, eine Sportschule für Kinder. Also wir sind der klassische Vollsortimenter für den Freizeitbereich und das tun wir schon seit gut 70 Jahren. Seitdem ist die SKV in Mörfelden aktiv. Und womit habt ihr euch jetzt bei den Sternen des Sports beworben? Unser Projekt in diesem Jahr heißt Erfolg macht stark und dahinter verbirgt sich eine Bewegungsförderung für Kinder zwischen 3 und 10 Jahren. Also in dieser Übungsstunde sind nur Kinder mit motorischen Defiziten. Das kann eine Behinderung sein, das kann eine körperliche Verletzung sein, eine seelische Verletzung sein. Das sind einfach Kinder, die in einem normalen Kinderturn untergehen würden. Und für diese Kinder haben wir schon vor 5 Jahren einfach einen Raum geschaffen, um sich ganz individuell zu entwickeln. Und wir haben eben auch das Glück, dass wir mit der Corinna Geis eine Übungsleiterin haben, die eine Psychomotorik-Ausbildung gemacht hat und die mit unendlicher Geduld erstmal das Vertrauen dieser Kinder gewinnt, um sie dann an den Sport heranzuführen. Denn das ist ja das Ziel, dass die Kinder Spaß haben an der Bewegung und nicht schon in so einem kleinen Alter sagen, nee, Sport, das ist nichts für mich. Ein großer Verein mit einem großen Herz und auch Verstand. SKV Mefelden, Dankeschön, Gabi. Gerne. Der erste Platz für große Sternen im Bronze geht an. Sport und Kulturvereinigung 1879 EV Mefelden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.